einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen angezockt wir wollen jetzt hier was das was das baut anzocken das ist ein ps4 spiel ich werde es auf der ps5 mit euch spielen ihr habt es ja im menü gesehen ich werde es so aufnehmen und hochladen also hochladen wie es aufnehmen damit ihr das bestmögliche ergebnis habt also ich werde keinen indruck in autruck nichts machen wer jetzt nicht rendern damit ihr da so nah wie möglich an dem ergebnis seit wie es hier vor mir habe springen es ist irgendwie so wie beo wird kann man sagen so blau rot gelb rot haben wir nicht orange grün gelb orange und 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 also nichts aufregendes wir gucken mal schnell 19 trophäen hat es platin es hat sogar platin das interessiert ja auch immer viele ja 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 Ich hab nur gelb Scheiße. Ach Mist, der kommt mir voll zielt. Ach Mist. Wuuuh! 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 Drew! Steven! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ready, go, turn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Amazing Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow. 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 Ja, das war's! Ready? Let's go! Oh Gott. Ich brauche diese scheiß Linie, damit ich es ruhig hinschüsse. Oh Gott, ich brauche diese Scheiß. Okay, jetzt haben wir einen Endboss hier oder was? Drei rote Bälle an seinem Kopf. Er schießt Bälle an den Boden. Okay, du kannst die Angrafe kontern, indem du Bälle rätst. Okay. 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 Ach du heilige Scheiße. Okay, da war ich hier noch eine Chance gegen den oder was? Oh shit, die kommen nicht durch. Okay, ich brauche diese Scheiße. Okay, ich brauche diese Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ach, Mensch! Ready, go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leck mich doch am Arsch, ey. Ich habe keine Anurigationen, aber ich habe keine Anurigationen, ich habe keine Anurigationen. Ich habe keine Anurigationen, ich habe keine Anurigationen. Oh, ich fang wieder bei 11 an, ey, scheiße. So, würde ich sagen, das reicht doch. Halbe Stunde, über eine halbe Stunde. Ich weiß, viele von euch können mit sowas nichts anfangen. Für mich aber, das fängt jetzt aber wirklich ein bisschen kackenschwer. Vor allem, weil sonst dann irgendwann nicht mehr diese Linie angezeigt wird. Und man ist halt per Zufallsgenerator darauf angewiesen. Wie sind die da auf verschiedenen Levels? Und die sind halt hier angewiesen drauf. Wie das jetzt läuft. Oh, scheiße. Wie ist das? Ja, ich liebe es. Wie geht's aus? Wie geht's? Ja, es geht's. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Aber jetzt haben wir nur Gelb. Und jetzt haben wir nur Gelb. Und dann geht es wieder weg. Ja! Untertitelung. BR 2018 Oh, scheiße, keinen Bock mehr. Geht auf Konzession, Kondition, Mensch. Dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich weiß, dass es viele von euch nicht gefällt. Viele spielen es auf dem Handy. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt regelmäßig stundenlang spielen würde. Aber ab und zu mal so eine Weile. Ich habe ja auch hier diese Eisprinzessinnen-Ding. Das ist Free-to-Play, das ist genauso in etwa. Aber mit Schieben, also, ja. Und das spiele ich auch ab und zu. Da bin ich auch jetzt Level 25, 35, irgendwas in dem Dreh. Keine Ahnung. Oder soll ich 40? Keine Ahnung. Das ist jetzt auch was, was ich jetzt nicht jeden Tag spiele. Aber alle paar Monate oder Wochen hole ich das mal raus. Und mache mal so ein bisschen was. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich glaube wieder nicht. Aber trotzdem. Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Autoreiner. Auf Wiedersehen. Das hat euer Odin.